Supergirl, los, komm, jetzt zeig uns mal, wie es super geht. Ähm, Beast Boy, könntest du vielleicht... Logo, Baby! Wow, das ist ja wirklich sehr, äh, sehr stark. Wow! Klasse Einsatz der Notfallortung Bad Girl hat mich direkt zu dir geführt. Das war echt knapp, ich sollte mit dem singen. Dabei hatte ich schon passende Becher für uns. Zu blöd, dass die hierbleiben müssen. Die Superschurken-Einheit der Polizei holt dich ab. Aber wir wollten doch Partner werden. Sorry, Killer-Motte, hier steht schon der weltbeste Partner. Super-beste Partner, Mann! Was hast du denn? Naja, ich hab nur überlegt, dass der Kristall stark genug war, um das Zepter aufzuladen. Er packt bestimmt auch meinen Anzug. Vielleicht könnten wir nach seinem Vorbild eine Batterie bauen. Entschuldigt mich kurz. Ich hab euer Gespräch mitbekommen. Kann mein Kristall deinen Anzug wirklich aufladen? Möglich wär's. Wenn wir ihn erforschen und rausbekommen, wie er Energie generiert, können wir vielleicht einen künstlichen erschaffen. Wozu warten? Ein Stück Kristall kommt sofort. Aber das ist dein Kristall. Mom hat gesagt, ich soll teilen. Danke, Supergirl. Also, um Superhelden aus der Trance zu holen, einfach draufrichten und Knopf drücken. Frequenzschild und Ultra-Ohrstöpsel. Die schützen dich vor Grannys Strahlen. Nein, du kommst mit mir. Super-Schurken jagen? Das ist was für Superhelden. Und nicht für dich? Barbara, erst durch dich bin ich wirklich super. Und dann all die Sachen, die du baust. Nein, du bist super hier drin und hier drin. Das weiß ich. Der erste Schritt, um ganz super zu werden, allzeit an dein Super-Selbst-Glauben. Du denkst, du kannst mir was anhaben? Komm schon, versuch's nur. Nein, du kannst mir was anhaben. Nein! Nein! Blast uns! Nein! Das geht gleich hoch. Keine Sorge. Supergirl! Alles klar! Mit dem Ohr-Hang, das liegt man bei, dazu sind wir bereit. Mit dem Ohr-Hang, kommt die Zeit, nur Gutes zu tun. Mit dem Ohr-Hang.